So, wir machen heute, schaffen wir die 5%-Würde ab. Die sehen Sie da unten. Schau besser nochmal genau hin, da ganz unten. Wir sind ja Volkspartei, da unten irgendwo ist die FDP mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Dann geben wir Rüstungsexporten nach, die haben wir unter den Fliesenplatten ganz im Keller versteckt. Und ja, dann vertiefen wir die deutsch-tibetische Völkerfreundschaft aus Anlass des Besuches des Dalai Lama am Steinhuder Meer. Und Sie werden nie erfahren, wie ich aussehe. Untertitelung des ZDF, 2020